Hier sehen wir die 406. Ein super tolles Zimmer. Hier hat man Blick zum Eingang vom Tauch. Hier sehen wir die Kategorie Katerupe, die Dusche, sehr schön. Doppelzimmer. Großen Platz. Ich bin der Hubert und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich einfach anrufen. Unten seht ihr die Telefonnummer und dann könnt ihr mich fragen zu dem Hotel. Wir buchen euch auch gerne ein Zimmer ein, da wir eine große Bettentatenbank haben und finden auch für euch immer den besten Preis. Liebe Grüße, euer Hubert und weitere Videos, wenn ihr sehen wollt, einfach unten auf Gefällt mir drücken. Und dann seht ihr alle Filme. Bis dann. Tschüss.